Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch endlich zum Hardware-Video der Bluetooth-Box. Ja, ich konnte ja nicht vorher, ihr wisst, ich war fast taub und da konnte ich, kann ich schlecht ein Video zu einer Bluetooth-Box oder Kopfhörern machen, wenn ich nichts höre. Oder so gut, wie ich nichts höre, da kann ich das nicht beurteilen. Ist der Klang für mich okay? Ist er nicht okay? Ist er laut? Ist er leise? Geht schlecht. Deswegen ein bisschen was später. Es wird auch ein Gewinnspiel dazu geben. In der Videobeschreibung werdet ihr einen Google-Link finden, also zu Google Docs. Wie heißt das? Google Drive, Google Docs, keine Ahnung. Da findet ihr einen Link. Ihr müsst hier einen Kommentar reinschreiben und das Video mit Hashtag Odin. Hashtag, also Raute Odin. Danach wird ausgelost. Also, dass ihr mitmachen wollt. Alles, was ich mit Hashtag Odin sehe, kommt dann auf eine Liste. Ich erkläre euch gleich, warum und weshalb. Ich habe mir da was Tolles einfallen lassen, weil ich meiner Community was Gute tun will. Habe ich mir gedacht, muss ich so ein bisschen bevorzugen. Logischerweise. Also, Hashtag Odin. Ich werde nicht die Kommentare so per Slotmaschine unter den Kommentaren auswählen. Werde ich auch gleich erklären, warum. Hashtag Odin. Dann geht ihr auf das Doc-Dokument, also beziehungsweise Google. Und da müsst ihr dann erstmal eure E-Mail-Adresse ausfüllen. Von Google. Die sehe ich nicht. Davon habe ich gar nichts, dass dieses Dokument da funktioniert. Und danach kommt nochmal ein Feld mit E-Mail. Das sehe ich dann. Darüber kann ich euch dann kontaktieren. Da müsst ihr die E-Mail reinschreiben. Entweder die von eurem YouTube-Kanal, also eurem YouTube-Konto. Oder eine E-Mail, die ihr auf dem Handy habt, wo ihr halt besser erreichbar seid. Also die, wo ich euch gut erreichen kann, die muss da rein. Dann kommt noch ein Antwortfeld. Da habe ich mir gedacht, da könnt ihr mal reinschreiben. Warum wollt ihr denn die Box gewinnen? Und dann kommen zwei Felder. Einmal Name, damit ich weiß, wen ich ansprechen kann. Und dass ich der Firma sagen kann, hier, XY hat gewonnen. Und YouTube-Name. Warum YouTube-Name? Einmal, damit ich halt sehen kann, wer das von den Ausgelosten, ob da Hashtag drin mit bei war. Und dass ich dir zuordnen kann. Und dass nicht Hinz und Kunz schreibt, zum Beispiel, Rudi, ja, macht mit, schreibt dann Hashtag Odin. Und geht dann auf das Google-Dokument, füllt auch alles aus. Und dann denkt sich Hinz und Kunz, also irgendwelche anderen, Mensch, machen wir doch so ähnlich. Machen wir auch so Rudi, aber dann nicht XD, sondern XO oder was weiß ich. Und mit verschiedenen E-Mail-Adressen fällt vielleicht ja nicht auf. Ja, gibt es bei Instagram und so ganz viele, die dann diese Namen faken und so. Und deswegen Namen dazu kontaktieren und dass ich sehen kann, euren YouTube-Namen. So. Und dann habe ich mir gedacht, ich wollte eigentlich den Kommentar unter dem Video auslosen. Also einfach Slot-Maschine an und dann, bumm, habe ich gedacht, nö, ich mache was Besseres. Ich werde alle Kommentare, werde ich mir in ein Textdokument eintragen. Also alle, die sagen Hashtag Odin, Name, kommen dann untereinander. Also so, wie sie geantwortet haben, Reihenfolge. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt einfach mal zehn Leute, haben mitgemacht. Zehn Leute kommen dann in eine Liste, danach kommt ein Strich. Die zehn Leute haben mitgemacht, bis zum Einsendeschluss. Dann gucke ich nach, das wäre gut. Ich sage dann, einen Einsendeschluss, den schreibe ich dann, ich weiß noch nicht, wie ich schnell das schaffe mit dem Bearbeiten von dem Video. Das schreibe ich auch in die Kommentare, äh, in die, äh, in die, äh, in, 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 doch. In, in, in den Kommentar, nicht, nicht Kommentarbereich, Mensch, Beschreibung, Mensch, bin ich bescheuert. In die Beschreibung, also da kommt die E-Mail-Adresse drin und bis wann das Gewinnspiel ist. Deswegen wäre gut, wenn ihr dann an dem Tag, wo ich das auslose, euren Kanal, äh, soweit öffentlich gemacht, oder euer YouTube-Konto, äh, soweit öffentlich gemacht hat, dass man sehen kann, wen ihr abonniert habt. Weil man kann das ja, viele haben es ja auf Privat, ähm, ich würde gerne sehen, dass ihr mich abonniert habt. Also, das kann ich halt nur sehen, wenn ihr das öffentlich macht, tut mir leid. Äh, und alle anderen, die sagen, ihr, äh, das sieht man, nein, sieht man nicht. Man kann nicht sehen, wer einen abonniert hat, wenn er das nicht will. So. Und deswegen gucke ich dann auf euren Kanal, habt ihr mich abonniert, dann kommt euer Name ein zweites Mal auf die Liste. Dann kommt wieder ein Strich drunter. Und dann gucke ich bei den ersten zehn, wer ist davon da, äh, äh, wer hat davon, äh, mitgemacht, der auch Kanalmitglied ist. Weil Kanalmitglied soll noch eine Chance mehr kriegen. Also, wer, wer mich abonniert hat, steht zweimal drauf. Und wer dann halt zusätzlich noch Kanalmitglied ist, kriegt nochmal eine Chance, kommt nochmal rauf. Also, sagen wir, dann haben wir eins bis zehn. Dann haben mich, äh, äh, fünf abonniert. Dann sind wir bei 15 Namen. Und davon die fünf haben drei Kanalmitgliedschaft, sind wir bei 18 Namen. Zum Beispiel, ja. Und, äh, dann schmeiße ich die Slotmaschine an, sag dann, äh, 18. Also, gib die Zahl 18 ein. Und dann sag ich, einmal auslosen. Und dann schmeißt, los die eine Nummer aus. Und die ist dann von 1 bis 18. Und dadurch haben dann Kanalmitglieder halt praktisch, die, äh, äh, Kanalmitglieder, die müssen ja einen abonniert haben, die stehen dann da, da und da. Also, Kanalmitglieder, geht ja nicht anders. Glaub ich. Bin mir nicht sicher. Und dann haben halt Abonnenten halt die doppelte Chance. Weil ich möchte ja auch, dass ihr, wenn ihr mich abonniert habt, eine bessere Chance habt. Und nicht, dass, dass halt, äh, jemand, der ist auch, guck mal da, das ist ein Gewinnspiel, machen wir mal mit. Das ist zwar schön, dass ihr dann das Video gefunden habt, aber ich möchte meinen Kanalmitgliedern, meinen Abonnenten, äh, dann schon eine bessere Chance einräumen. Bin ich der Meinung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. So. Das war ein bisschen lang. Ich weiß nicht, ob ich das als einzelnes Video stehen lasse, oder ob ich das, äh, mit ins Hardware-Video reinmache. Das weiß ich nicht. Das müsst ihr mal gucken, weil das jetzt ein bisschen viel Quatsch gewesen ist. Bis zum nächsten Mal. Oliíts Test. Untertitelung des ZDF, 2020